Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario vs. Donkey Kong. Weiter wollten wir machen mit dem Mini-Mario-Level. Na, verdammt, ich hab's befürchtet. Wir gucken uns das Ganze mal an. Okay, Timing ist gefragt. Da kommen die Tilts. Und mit dem Mini-Marios müssen wir natürlich auch entsprechend dann immer zu Donkey Kong. Oh, verdammt, ich befürchte Schlimmes. Okay. So, hier hoch. Wow. Oh, Mario! Okay, alle sind da. So, jetzt müssen die... Ja, halt, ihr müsst da erst rüber. Wow. Nein. Oh, geschafft. Komm, Sternchen, 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 Sternchen. Okay, das gibt ein Sternchen, das ist gut. Und jetzt geht's weiter mit Donkey Kong. Und die müssen wir jetzt besiegen, ohne getroffen zu werden. Okay, das geht hier. Wow. Oh. Tja, du blöde Affe, das hättest du jetzt wohl nicht gedacht, ne? Äh. Okay, 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 gut. Gut, 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 komm. Lavaball, Lavaball. Ist kein Ding. So. Und wieder getroffen, diesen blöden Affen. Du triffst mich mit dem nicht. So. Okay. Ha. Du blöde Affe, mich erwischt du nie. Komm, und das kommt richtig runter. Nein. Schade. Hier rüber, links, rechts. Ah, es ist wie Tango tanzen. So. Nein. Geil. Er hat sich selber K.O. gehauen. No, 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 no. Yes. Ich habe ihn in Highscore. Welt 4. Ey, ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass wir jetzt noch mit Welt 4 anfangen. Spooky House. Okay, dann gucken wir uns noch das erste Level von Spooky House an. Hier wir gehen. Ja, verdammt, das war ein Fail. Kann ich gleich nochmal retryen. Hier wir gehen. Was mache ich denn? Was bin ich denn für ein Idiot? So, also jetzt nochmal ordentlich. So. Gut. Oh, das war jetzt echt... Oh, jetzt habe ich es geschafft, ey. Ey, mal ganz im Ernst, das war jetzt echt ein Mega-Fail. Das waren gerade zwei Leben, die ich hätte nicht verschenken müssen. So, da komme ich ohne Probleme durch. Ah! Okay. So. Jetzt hier schnell runter. So, wunderbar. Oh. Moment, ich habe das erste Geschenk verpasst? Oh. 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 So. Oh. Jetzt, jetzt habt ihr in dem ersten Level das erste Geschenk gesehen? Das war ein totaler Fail, aber wo war das so Geschenk im ersten Level? Nein. 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 Nein, das habe ich schon gespoilert. Hä? Okay. Wir gehen auf die Suche nach dem ersten Geschenk. Hier. Hier. Das heißt, ich muss mir das holen, um dann wieder zurückzurennen. Oh, ich bin so doof. Kann ich das da hochwerfen? Nee, ne? Komm. Okay. Hm. Das ist ja... fragwürdig. Hängt der da jetzt fest und ich komme da immer lang? Nee. Okay. Gut, das haben wir dann auch geklärt. So, jetzt hier. Geht das noch schneller? Ich wüsste jetzt echt nicht wie. Okay, hier ist jetzt klar, was zu tun ist. So, eher nicht erwischen lassen. Dann hier runter. So. Hier den abwarten. Hier rüber. Und schnappen. Ich wüsste jetzt echt nicht wie schnell er geht. Was? Das muss noch schneller? Okay. Wie geht denn das noch schneller? Hier geht's. Hier geht's. Okay. Jetzt muss ich mal überlegen. Nee. Das geht ja auch nicht. Da komme ich ja nicht hoch. Und da umgehen kann ich auch nicht. Ich komme doch nicht mit einem Salto drauf, oder? Mal gucken. Nee. Geht nicht. Wie soll denn das gehen, das noch schneller zu machen? Bei allem Respekt, aber es ist ein Ding, noch eine Möglichkeit. Und schon versaut. Ich hab's. Ich hab's. Aufpassen. Zeitersparnis. Kommt jetzt. So. So. Indem ich jetzt hier rüber renne. Nein. Oh, verdammt. Okay. So. In der letzten 80 Sekunden, jetzt 92 Sekunden. Das muss jetzt reichen. So. So. Hier ist genauso. Nein. Komm, rüber. Schneller geht nicht. Geht definitiv nicht. Das waren jetzt 5 Sekunden schneller. Mir fehlen immer noch 5 Sekunden, Leute. Alter. Oh, gut, 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 gut. Und jetzt muss ich gelb halten. Nein. Okay. 5 Sekunden schneller. 5 Sekunden. Alter. weiter. So. So. Wunderbar. So. Dann hier rüber. Okay, das waren jetzt genau 5 Sekunden schneller. Okay. Okay, das war jetzt auch nochmal hier eine Top-Aktion. 190. Komm, das waren jetzt genau 5 Sekunden schneller. 5. Wir haben es geschafft. Und damit möchte ich es auch beenden. Ich bedanke mich wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich bin... Na jedenfalls gibt es ein Leben. Es hat sich gelohnt. Ich sage, ich bin Eutro. Haut rein. Tschö, tschö.